Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, hast du mal so ein Geheimnis der Kommunikation, wo du sagst, wow, das wissen wenige und da kannst du richtig viel mit anfangen und das sollst du heute mal bekommen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auf einer ganz unterschiedlichen Art und Weise kommunizieren. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass sie irgendwie, wenn sie nachdenken, ganz bestimmte Sachen machen. Und ein Geheimnis ist, dass die Augen ganz, ganz viel verraten. Du kennst es vielleicht, diesen Spruch, die Augen sind das Tor zur Seele. Die Augen sind das Tor zu erkennen, wow, was geht denn gerade in dir vor? Und genau das ist das, was passiert. Wenn du Menschen etwas fragst oder wenn Menschen nachdenken, dann machen die Augen etwas. Die gehen nach oben, die gehen zur Seite, die gehen nach unten, die flitzen so durch die Gegend. Übrigens, wenn jemand so, ja, das nennt man Augen googeln. Die Augen suchen im Gehirn, hey, wo ist denn die Lösung? Wenn du Menschen eine Frage stellst und die so, ja, dann suchen die nach einer Lösung. Manchmal wird sie gefunden, manchmal aber auch nicht. Und das Geheimnis ist tatsächlich, achte mal darauf, wenn die Menschen mit den Augen nach oben gehen, wenn sie nachdenken. Das ist so, ja, irgendwie so in die Richtung. Dann passiert eins, sie suchen Bilder, die sie dann einfach für die Antwort nutzen können. Das Interessante ist, wenn die Augen nach oben weggehen, dann sind das sogenannte visuelle Reize, die sie abrufen. Und dann gibt es noch die Seiten, da hast du die Ohren dran, das ist sehr, sehr schön. Da wird gerne nach Tönen gesucht. Und Achtung, es gibt Unterschiede, manche machen das anders, aber gerne an den Seiten wird nach Tönen, wird nach Musik, wird einfach nach auditiven Reizen gesucht. Und wenn Menschen nach unten gucken, sind sie gerne, ja, dann reden sie gerne mit sich selbst oder sie sind im Gefühl. Das sind die sogenannten Augenzugangshinweise. Achtung, die Wissenschaft hat das mittlerweile zu Teilen widerlegt. Aber in meinen Seminaren machen wir mal eins, wir machen zuerst die Praxis und dann die Theorie. Und ich sage, zu ungefähr 80 Prozent, zu ungefähr 80 Prozent haut das hin. Wenn Menschen nach unten gucken, sagen sie, ja, ich habe so überlegt, was fühle ich denn gerade? Oder auch, ja, ich habe überlegt und da habe ich mir vorgestellt, was da war. Und wenn es um Musik ging, dann, ja, habe ich überlegt, was war da los? Also tatsächlich kannst du an den Augen ablesen, hey, in welchem Kanal sind die Menschen denn unterwegs? In welchem Kanal suchen sie gerade ihre Reize, suchen sie gerade ihre Informationen? Meine Bitte an dich ist, wenn du das siehst, dass die Personen oben an der Seite oder nach unten schauen, hol sie auch bitte in diesen Kanälen ab. Wenn eine Person nach oben schaut, sag doch bitte, was stellen Sie sich vor? Welches Bild haben sie gerade im Kopf? Oder wenn die Personen nach unten schauen, dass du dann wirklich sagst, wie fühlt sich das für sie an? Was sagt ihr Bauch dazu? Und da passiert nur eins. Da sagt keiner, oh, schön, dass du in dem Kanal mit mir redest. Nee, das passiert nicht. Es passiert das, dass die Menschen einfach stolperfrei in der Kommunikation sind. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass manchmal so ein irritiertes Äh dann kommt. Dann merkst du, in dem Moment hast du den Gedankengang unterbrochen, statt ihn zu fördern. Und ich sage immer, fördere die Kommunikation, fördere den Kanal, den die haben. Wenn du oben bist und sagst, welche Vorstellungen haben die, kann es sein, dass es flüssiger geht, als wenn die Person nach oben guckt und du sagst, was fühlen sie? Dann kommt so ein, ähm, dann geht es mich nach unten und müssen erstmal fühlen, weil die waren ja in Bildern und jetzt kommst du mit einem Gefühl um die Ecke. Deswegen meine Bitte an dich, achte auf die Augen, die sind das Tor zur Seele. Und wenn du dazu noch mehr wissen willst, wenn du dazu noch mehr wissen willst, komm gerne in meine Seminare. Also ansonsten habe ich dir, habe ich dir noch einen Kurs hier unten vorbereitet, der ist richtig gut. Dieser Kurs ist sicher und souverän in Gesprächen. Da ist einiges zum Thema besser miteinander kommunizieren, besser miteinander ins Gespräch kommen. Und ich verspreche dir jetzt schon, das wird ein Hammer für dich. Kleines Geld, große Wirkung und du kannst ganz, ganz viel erzielen, dass deine Gespräche zukünftig noch besser sind. Wenn du sagst, hey, cooler Kanal, dann freue ich mich auch, wenn du abonnierst, sodass du immer aktuell informiert bist. Jetzt bin ich raus und wünsche dir einen angenehmen Tag. Bis dann.